Ja hallo und herzlich willkommen hier auf dem Channel von TheHawkFireworks. Ja, ich und Pyro Celina, wir wollen euch heute immer wieder ein schönes Unboxing präsentieren. Ja, das ist das erste in diesem Jahr 2020, ja wir wollen auch schon mal ein bisschen vorsorgen für Halloween und so ne, gerade was so für die kleinen Kinder ist und sowas alles. Ja, auch in dieser schweren Zeit muss es weiter gehen, das ist auch bei uns der Fall, wir lassen uns nicht kleinkriegen davon. Natürlich muss man aufpassen, auch auf allem so ne, aber ja. Auf jeden Fall haben wir zwei schöne, etwas größere Pakete. Naja, sowas jetzt auch nicht, aber sind schon etwas größer und was genau dort drin ist, das werden wir euch jetzt präsentieren. Viele ey. Ah, Schnitzel. Tja Leute, das sind hier die Pakete und Bestellung, seht ihr, Pyro Handel. Ja. So, das sind zwei gute Pakete und was da drin ist, das werden wir euch jetzt zeigen. Möchtest du mal aufschneiden? Ja. Ja. Ja, was? Das machst du doch gerne, ne? Ja. Oh, so. So, ich finde ich. Ah, genau. Ziehen wir mal schön auf, ne? Passt schön auf, ne? Papa hält mal ein bisschen hoch so. Oh, schön aufpassen. So, genau. Guckt euch mal an, wie groß die Pyro Celina schon geworden ist. Ja, so. Jetzt geht es mal los hier. Ach, Leute, ist das immer gierig, ey. Ach, so gierig. Verpackungsmaterial ist schon mal gut, ist sicher verpackt. Oh, oh, Leute, guck mal hier. Ui, 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 ui. So, ich muss mal dazu sagen, das ist alles rein F1, ja? Alles F1, Zeus. Weil wir wollen ja auch ein bisschen Spaß mit den Kindern haben, ne? So, ein Halloween steht ja auch bald wieder an. Leute, wir haben schon April, überlegt mal, ne? Ja, und wenn Ostern rum ist, dann geht es sowieso bald weiter. Dann geht halt ja schnell vorbei. So, Lädchen, was wollen wir denn als erstes nehmen hier? Ach, was machst du noch, dass es nie herrscht kann? Oh, schnaschig. Ja, nimm ruhig. Zeig mal her, was wir da schönes haben. Geht nicht raus? Oh, wir gucken mal. Sie muss natürlich gleich das größte haben. Was ist denn das schönes? Oh, Pyro-Kids. Pyro-Mix for Kids. 196 Teile. Ja, von welcher Firma ist denn das? Das checken wir recht mal ab, ne, Lächer? Ich glaube mal so eher Bröckhoff oder so. Dürfte es sein, in der Richtung. Ja, auf jeden Fall alles F1 Sachen, ne? Crackling-Boards, Peel-Crackers, Poling-Ropes. Ja, so alles drinne hier so richtig geil. Das war das Ground Spinners, tricky. Ja, super. Ganze Set hat 51,7672 Gramm. Habe ich auch noch nicht so gesehen. Aber ich denke mal, das ist von Bröckhoff. Genau, da steht sogar Bröckhoff. Ja, voilà. Ja, alles F1 natürlich. Und sieht richtig geil aus, ne? Für Kinder soll ich dich ansprechen, finde ich. Oder was, Lädchen? Was sagst du dazu? Gefällt dir das? Ja, vor allem die Sparkles. Ja, die Sparkles, ne? Oh ja, na, das ist doch was, ne? Pack dir das erstmal schon beiseite. Ja, was nehmen wir jetzt, meine Süße? Hm. Hm. Ist schwierig, ne? Oh. Die Ground Minjas, ne? Ist von Leslie. Ja, schöne Sachen hier, so. Muss ich ja sagen, ne? F1, ne? 12 Gramm NEM. Wir können ja mal reingucken. Ich glaube, die hatten wir letztes Jahr auch oder so, ne? Kann das sein nicht hin? Weiß ich jetzt gar nicht. Ne, das sind die neu. Guck mal, die haben diese Karten. Die stellen sich nämlich hin und hier drehen sich. Äh, da hatte ich letztes Jahr welche von Ciala 4 oder so. Total geil gewesen und die, muss man sich vorstellen, die drehen sich dann so, ne? Richtig geil. Die kann man auch ruhig hier hin werfen. Die stellen sich ganz alleine auf. Finde ich total klasse, die Teile. Och, das wird ein Genuss werden, wie das Mädchen, ne? Mhm. Auf jeden Fall, du. Kriegst du die zu, die Pöckung? Ja. Ja, darf der Papi jetzt mal eins rausnehmen? Ja. Oder möchtest du das weiterhin machen? Ja. Papi darf auch mal. Papa, nimm mal hier. Oh, die sind immer verteilt vom Funke. Ja, voilà. Zehn Stück drin, ne? Sogar volle NEM drin, ne? 75 Gramm NEM, das gute Stück hier. Zehn Stück sind drin, ne? Entspricht, glaube ich, 7,5 Gramm, wenn ich jetzt richtig gerechnet habe. Ne? Pro Fontäne. Ja, Funke ist ja sowieso klasse, ne? Dass die auch die ganzen alten Sachen rausbringen. Finde ich richtig geil. Verarbeitungstechnisch sind sie ja auch richtig klasse. Obwohl es einige Artikel gibt, wo man es hätte besser machen können. Aber die Silberfontänen, die sind richtig klasse. Kann ich nur empfehlen, ne? Alla Funke. Ja. Die Packung lasse ich mal zu, ne? Weil, äh. Obwohl, ach, Chichito, Gliedchen, Brustartmesser. Mach mal einen Schlitz rein. Wir gucken mal in dort. Genau so schön. Oh, guckt euch die mal an, ey. Ey, echt geil. Ne? Super verarbeitet, ne? Ja. Ja. Einfach mal klasse. Muss ich ja sagen. Kategorie F1 sieht man ja dort, ne? Sexy F1. Ja. Und lag ich richtig mit meiner Rechnung? Steht nichts drauf. Ja, sind 75. 7,5. Ja, super. Klasse Teile. Fäuchte mal. Das raschelt, ne? Weißt du was? Das da drinnen raschelt? Ein Schnashi Schnab. Haha, buddy. Das ist total ne. Aber... Das ist auch ganz hart. Ja, das muss ja auch die Schützen. Das sind Fontäenmäuschen. Ne? Guckt euch das an. So richtig cremig, ne? Sexy sexy. Ja. Weißt du, packst du die hier hin? Ja. So, jetzt bist du dran, ja. Ja. Mhh. Nimm einfach was raus. Das ist das größte Nimmbezuschluss. Ja Leute, das ist Bunte Flamme von EXPLODE, die zündet man quasi an wie diese Eisfontänen. Ich fand die Teile richtig richtig geil letztes Jahr und ich dachte mir, die bestellt es einfach nochmal mit, weil die einfach schick aussehen, vor allem auch die Farbe jeweils, so blau, grün, rot und dann silber, das sieht man auch an der Leuchtbasis von, also richtig geil. F1, 28 Gramm NEM, Top Teile gleich hier 2 mal, dass man das jeweils mal doppelt machen kann. Zeig euch, das gefällt dir wieder. Mir gefällt jedes Feuerwerk. Ja, Papa nehme ich auch. Jetzt bist du aber wieder dran. Jetzt bin ich wieder dran. Dann nehme ich mir die mal. Ja, das sind die One Accounts von Leslie. War letztes Jahr auch eine Neuheit. Da ist eine schöne kleine F1-Vulkane, wie man sehen kann. Mal gucken. Ja, 21 Gramm NEM, sehr schön. Hat fast, fast Maximalfüllung drin. Ja, oder hat sogar, sehr schön. Ja, ein paar süße kleine Vulkane. Von Leslie Fireworks. Sieht schnaschi aus. Hat ein bisschen was so Formel 1-artiges an, aber da ist ein Reiter drauf. Ja, 3 Stück. Weißchen, siehst du. Oh, da können wir uns das schön schmecken lassen. Ja. Ups, da kam mir gerade hinten einer raus. Papa. Ja, weißchen. So, machen wir mal wieder an. Na los, dann machen wir mal. Ich wusste genau, dass du die jetzt nimmst. Ja. Das sind die Knisterfontänen. Von Funke. So richtig klassisch alt gehalten, aber auch glänzend so. Finde ich richtig geil. Wollte ich haben, vor allem meine Frau mag das auch richtig gerne. Solche kleinen Sachen. Muss man ja sagen, zweimal haben wir das Ganze. Selina, wollen wir da auch mal reingucken? Ja. Wollen wir mal eine Packung aufmachen? Ja. Schön auf. Leben ist anders. Ja, genau. So schön. Oh, zeig ich mal her. Ja, zeig ich mal her. Ja, das sind die kleinen Standis. Ja, von der Verarbeitung her würde ich jetzt auch sagen, eigentlich gar nicht mal so verkehrt. Ja, sieht gut aus. Auf jeden Fall. Klasse. Boah, die Wermut schmecken lassen. So sehen die ganzen Ausrinne. Na gut, ich hätte sie persönlich anders reingelegt. Aber das ist ja alles passend wahre. Sehr schön. Zweimal das Ganze. So ein paar Mal wieder oder möchtest du wieder? Nee, du ja. Du willst nämlich das große Teil haben, ne? Ich weiß, ich weiß. Ja, Spinning Doktor von Nico. Ja, das sind auch diese komischen Brummkreise. Ja. Bodenfeuerwirbel, drei Stück drin, F1. Da gucken wir auch mal rein, Nidchen. Ja, wie die aussehen. Magst du hier mal einen rausholen, wenn du eine kleine Maus suchst? Mhm. Das sind fast die gleichen, so wie bei den anderen. Bei den Ninjas, ne? Mhm. Ja, genau so sieht es aus. Hier ist die Kappe kleiner. Ich weiß nicht. Irgendwie machen das alle nach immer, ne? Die Spanier, die haben es vorgemacht. Und die anderen ziehen jetzt alle. Na, finde ich ja auch richtig, ne? Nico sowieso macht ja auch einiges an schönen Sachen. Oh, ne? Ihr seht ja, ne? Kann schön drehen so. Und die stellen sich wirklich so hin und dann... Oh, Stasi! Das müssen wir jetzt hin. Allerdings leider nur drei Stück drinnen pro Packung. Preis sich dann ganz schön teuer, muss ich sagen, gegenüber dem von Leslie. Ja? Zweimal haben wir davon. Ich glaube, eine Schachtel kam, 59 Cent. Egal. Ne? Man muss auch die Firmen unterstützen, ne? Sehe ich so. Ja. Mach weiter. Kleine Maus. Oh, was nehmen wir denn hier? Oh! Oh, das sind die FireEyes, ne? Das sind doch die Lädchen, die sich drehen auf dem Boden. So, dann kommt dort richtig schön Knister raus, ja? Ich weiß, ähm, die hatten wir schon mal. Ja? Letztes Jahr zu Silvester. Ja, da hatten wir hier größere gehabt, die waren von Explode. Bröckhoff und die werden wir auch mal testen, ne? Genau, da, Importeur Bröckhoff, ne? Sehr schön. Einer hat 1,9 Gramm, das ist schon richtig gut, das ist natürlich auch F1, ne? Ja, von der Vermeidung her, ne? Ein bisschen Klasse drin, ja. Aber was soll's, ne? Ich meine, es ist zwar nicht umweltbewusst so, aber wenn man überlegt, wenn das hier Pappe wäre oder so, das würde auch hier brennen alles nachher, ne? Da ist das schon eigentlich recht sicher hier. Mich stört das auch nicht so, man kann es ja auch übertreiben alles, ne? Aber jeder hat da andere Ansichten, das ist auch richtig so. Das wäre ja schlimm, wenn wir alle gleich denken würden, oder? Ne, Litje? Hm. Du bist ja auch anders als dein Papa, ne? Hm. Muss ja auch so sein, ne? Gut. Ja, soviel dazu, zu den Fire-Eis, ne? Von Bröckhoff. Acht Stück drinnen, können wir sehen, blau, rot, grün. Sehr schön. Soll Papa wieder? Ja. Gut, dann nimm Papa das jetzt hier. Ich hab mir schon gedacht, dass du sie löst. Hahaha. Ja, ne? Ja, ne? Ja, paar schöne Bogenwirbel, ne? Ja, sehr schön, lecker. Ich glaube, das sind sogar welche mit Cracking, wenn ich mich nicht höre. Ja, ist ebenfalls auch von Bröckhoff, ne? Wenn man es lesen kann, da unten, da, Bröckhoff, genau. So, 1,8 Gramm pro Teil hier, pro Bogenwirbel. Ja, einfach mal, ne, Spaß haben, ne? Und den Duft zu haben, ne? Auch hier unter dem Jahr. Ja, ist richtig. Finde ich geil. Richtig. Weil wir machen ja viel immer unter dem Jahr. Und unsere ganzen, ohne Mist, unsere Kinder brauchen das. Also, die freuen sich riesig, wenn wir runtergehen und schön was hier zünden. Wenn die hören, schon die zünden, sind sie schon Feuer und Flamme. Und so soll es auch sein. So war ich auch nicht anders, also als kleines Kind. Und ihr seid genauso, ne? Ja, die kleinen Süßen. So, Lidchen, jetzt du wieder. Ah, Color Cascade, ne? Das ist auch von Bröckhoff. Ein paar schöne Fontänen hier. Ja, sehr schön. Oh, lecker Schmecker, Leute. Silberbling, Silbercrisantäne und Green Stars with Silbercrisantäne. Ja, von Bröckhoff, ne? Ein paar schöne Fontänen. Kann ich auch jedem empfehlen für zwischendurch. Gerade so in der kalten Herbstzeit, so ist das richtig geil immer. Ja, klasse. Hm? Ich weiß, was ihr denkt. Ihr dachtet bestimmt F2 Feuer weg, ne? Nein, aber wir fangen mit F1 an. Und die anderen sagen, da kommt alles im Laufe des Jahres. Ich schwör's. Aber wir brauchen auch ein bisschen Kleinzeug. Auch für die Kinder. Ich denke ja auch mit, ne? Genau. So. So, Häuschen. Ich wieder? Ja, damit du zum großen kommst, ne? Ja, Silberfontänen. Ebenfalls vom Bröckhoff. Zwei Stück drinne. So, gucken wir mal. 14 Gramm. Also 1,77 Gramm. Fast ausgeschöpft. Hätten sie ruhig die 0,5 da noch hier rauflegen können. Seht ihr da? Bröckhoff. Ja. Wollen wir hier mal reingucken? Ja. Wir gucken mal rein, ne? Fest. Fest. Ach. Machen wir das mal ein bisschen. Oh. Die Kinder aber groß, ne? Mhm. Ja. Oh. Eine stattliche Größe, ne? Aber wenn man sieht, dass man bei kleinen Rinden, ne? Genauso viel Leistung rausholen kann, dann hätte man sich die Größe aufsparen können. Ganz ehrlich. Aber, ist egal. So hat man wenigstens was auch fürs Bild, ne? Boah. Sieht gar nicht mal so verkehrt aus. Stattliches Gewicht auch. Ja. Klasse. Finde ich eigentlich gut verarbeitet. Hat sich da noch was drinne versteckt? Mhm. Nur 2 für 10. Nur 2. Hätten sie ruhig noch einen reinschieben können, ne? Mhm. Aber eigentlich reicht das auch. Wir haben noch genug Feuerwehr. Ja, das stimmt, ne? Ja, Lidchen. Das ist jetzt deins, ne? Was denn? Guckt euch mal an. Ein schönes Päck hier. Hatte ich noch nicht gehabt. Ah, Lidchen. Hau mal raus. Das sieht sehr romantisch aus. Meins. Das finde ich ganz allein gut. Was findest du ganz allein, Lidchen? Aber ausnahmsweise teile ich mit Florian. Ach. Aber nur ausnahmsweise. Hahaha. Das sieht sehr gut aus, ne? Guckt mal. Hier haben sie auch diese schönen Städchen drinne, die ihr doch gerne mag. Die Wunderkerzen und so. Ein paar schöne Fontänen. Ja, das ist das Fiesta-Pack. Zwei kleine Mini-Vulkane. Ne? So einen kleinen Bohnenwirbel auch. Ein paar so eine großen Fontänen. Ich mag ja sowas, ne? Ich mag sowas richtig. Oder Silver Dream, Red Stars, ne? Red Rubin. Monsters, glaube ich, soll das heißen. Green Monsters. Ja, richtig schönes Pack, ey. Guckt euch das mal an. Vor allem auch richtig geil verarbeitet so. Ja, ist auch von der Firma Bröckhoff hier, ne? Ja. Sehr schön, sehr schön. Guckt ihr, guckt ihr da, Bröckhoff. Genau. Ne? Also die sind zwar nicht ganz so jetzt einige Sachen ausgereizt, aber der größte Teil hat sieben Gramm drinne, wie ihr seht. Ne? Könnt ihr noch mal gucken, was da alles drinne ist, so. Red Rush, Silver Dream, Green Monster, Red Stars, Mystery Blinkers, Silver Dragons und Golden Times. Ja, ist schon richtig geil. Auf jeden Fall. Klasse Pack. Weil, Linchen, das werden wir uns schmecken lassen, ne? Wenn der Herbst da ist, dann machen wir uns bei, ne? Und diesmal zünde ich und diesmal mache ich die. Ja, ja, Linchen betont das deshalb, weil sie letztes Jahr ein bisschen Angst hatte. Aber dort haben wir ganz einfach von Veko die Peitschen genommen, ne? Und dann hat sie sich wieder ran getraut und jetzt freut sie sich auch richtig. Ne? Und dann macht's auch wieder Spaß, ne? Ja, Leute, das war das erste Paket. Okay, das ist jetzt alle. Ja, und dann fangen wir mal an bei den zweiten etwas größeren, ne? Ja. Haben wir sie bereit? Ja. Okay. Ja, dann nehmen wir mal jetzt das größere noch hier. Guck mal an, wie gierig sie ist. Pack mal schön weg das Messer, genau. Jetzt gucken wir mal hier auch schön rein, ne? Oh, guck mal, da sind die großen Bugs hier alle. Extra für mich. Warte mal, ich will das mal ein bisschen hier hinter stemmen, so. Genau. Ja, Leute, guckt euch das an. Also, von T-Zeug in F1 haben wir genug zu sammeln. Und da brauchen wir auch nicht mehr groß viel eigentlich, ne? Oh, so schön. Papa nennt das erste, ja? Na gut. Ja, hier haben wir das Mingo Pack, ne? Guckt euch das mal an, sieht das nicht geil aus, ne? Oh, schön, Cracking Ball und so drinne. Ja, prima, prima, prima. Cracking Flower, Flashing. Sehr schön, sehr schön. Wie gesagt, ich liebe solche Packs hier, ne? Oh, klasse. Oh, schmierst! Liche Papa hat einen Schuss, ne? Ja. So, dann legen wir uns das mal hin, dann gucken wir mal drauf, so hier alles, was hinten drauf steht, so. Na, guck mal, die Fontänen, die großen, ne? Die haben alle 7 Gramm. Ja, den Rest 1,2 Gramm, so ist ja auch okay. Ne? Leute, wir reden ja hier von Jugendfeuerwerk, ne? Ja, guck mal da, so schön, ne? Lecker schmecker hier. Herrlich, herrlich, herrlich. Lingbo Pack von Bröckhoff. Oh, schnachy. Filet! Siehst du, da haben wir noch eins. Was willst du jetzt nehmen? Zeig mal, Papa. Eigentlich das, aber da komm ich ja noch rein. Dann nimmst du erst mal das große, äh, das kleine hier, ne? Hey, hä, damit. Haha, du wolltest das wegstellen, ne? Du kleine Socke. Ja, ja, ich bin doch gierig, weißt du doch. Du auch, ne? Ja, hier haben wir auch noch so ein schönes Pack hier, das Crazy Fire Pack. Ist auch vom Bröckhoff. Genau, Bröckhoff, ne? Ja, guckt euch das an, was hier so schönes drin ist. Lecker schmecker. Ja, 65 Gramm, das gute Päckchen hier. Ja, Blue Moon. Green Flower. Crackling Fire. Ja, irgendwie was da, ne? Und da auch so, ne? Dragon Balls. Und hier haben wir sowas, wie so eine kleine Handfackeln, so. Ja? Blue Fire, Red Fire, und... Ja, Orange oder so, kann das heißen. Ja, schönes Päckchen. Auf jeden Fall Crazy Fire, vom Bröckhoff. Ja. So, Liedchen, jetzt tauchst du ran, oder? Ich weiß schon, du willst das Phantom Päckchen, ne? Das sag ich doch. Geht nicht? Das steckt fest. Boah, Liedchen, da hast du dir aber ein richtig großes ausgesucht, oder? Weil das auch meins ist. Weil das auch deins ist? Guckt euch die Litte Maus an, ne? Ja, schön, ne? Wollen wir da mal reinschnüffeln, gucken so? Oh, guckt euch das mal an, das ist aber wirklich groß. Hier haben wir ein paar Knallerbsen. Ja, ne? Schokofontäne, ne? Kleine Pfeifdinger. Konfettilichter, sehr schön. Ja, Peach Flower, ne? Violets and Crimson, ja. Matta Fontaine, Sparkplack Fontaine. Ja, hier haben wir auch noch so eine schöne hier, Golden Flower. Richtig schönes stattliches Pack hier, ne? Gold Sparkleads sind diese Sprühstäbchen auch hier. Da haben wir noch einen Party Popper drin, da auch nochmal. Mögen die Kindkinder auch richtig. Ja, ein schönes Pack ist das Phantom Pack von Bröckhoff. Ja, das kann man immer mitnehmen, Leute. Immer mitnehmen, sowas ist richtig geil. 74,24 Gramm NEM, ne? Seht ihr, Herr Bröckhoff. Hier haben wir nochmal die Gesamtübersicht, was alles drin ist dort. Der größte Teil 7 Gramm, ne? Richtig schön, also sexy. Sehr schön. Ja Mensch, das lohnt sich doch, ne, Nietzsche? Nein, dann pack dir das mal schön. Das Beste finde ich das. Ja, wahr? Da freust du dich schon drauf, ne? Sieht schön bunt aus, auf dem Papel. Ja, jetzt seht ihr, es spricht Kinder an, sag ich doch. Also, da kann doch einer sagen, was er will. So, Nietzsche, weiter, da klappst du. Ja, wir kommen schon zum letzten Pack hier. Oh, das ist aber ein großes, lange Ding hier, ne? Hm. Was soll das denn sein? Was soll das hier Papa nehmen? Ja, das ist die Partybox von Bröckhoff, ne? Guckt euch mal an hier, was hier so schönes drin ist hier. Alter Schwede. Ne? Krass. Ich frage mich, was das hier ist. Das sieht aus wie so ein richtig großes, römisches Licht. Ich denke mal, das wird bloß so ein kleines Bengals sein. Hier sind so eine riesen Wunderkerzen drin, so richtig lang, 50 cm oder so. Ja, dann haben wir hier Cosmic Rain drin, Heavy Power, Greeny, ja, Golden Joy, Color Dance, Lumania, Starfinder und so. Ja, alles was so hier schmackig ist. Hat auch gut Gewicht hier. Gucken wir mal rein, wie viel NEM das ganz gute Stück hat. Schaut mal her, 99 Gramm, ne? Das ist schon richtig geil, ne? Von Bröckhoff. So, hier haben wir das nochmal richtig abgebildet. Wir hätten so alle schön richtig geil. Partybox Bröckhoff. Ich finde, da können ruhig mehrere Online-Shops hier im Handel haben, ne? Ja. Es gibt da auch noch von Leslie dieses Top-Dock-Back da oder Top... Naja, ihr wisst schon, ich meine, finde ich auch richtig geil. Dieses Sortiment. Und das kommt dann da noch zu. So, dann haben wir eine schöne Herzzeit, ne? Meinen Sie? Ja. Das sieht aus wie die, also hier, das sieht ein bisschen aus wie die Knatterpeitschen. Ja, das könnte sein, ne? Das müssen wir hier gucken, wenn das soweit ist, ja? Mhm. So, Leute, das war es auch schon. Nächster Pack ist leer. Ja. Puh, würde ich mal sagen, machen wir auch mal eine kleine Gesamtübersicht. War Lidja? Okay, denn bis gleich. Filet. 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 So, Leute, hier haben wir die gesamte Übersicht. Schaut euch das mal an. Sieht das nicht romantisch aus hier? Ich weiß auch gar nicht, wo das kleine Lidchen wieder ist hier. Wer hat sich wieder irgendwo versteckt, die kleine Maus hier? Die wollte mir doch helfen hierbei. Na ja, wir gucken mal. Wo hast du sie versteckt? Guck mal, da unten ist sie versteckt. Ja, auf jeden Fall. Hier die Gesamtübersicht nochmal, ne? Ja, hier haben wir die Fire Ice, ne? Die Funke Silberfontein. Glock Ninjas Color Cascada. Bunte Flamme. Ne? Wonder Cones von Leslie. Ja, hier haben wir nochmal die Silberfontein. Bunte Flamme, ne? Wie da auch zweimal. Dieses Pyro Mix for Kids, ja? So, dann hier die ganzen Bröckhoff Sets hier, ne? Fiesta Pack, ne? Wie man sieht, das Phantom Pack. Sehr schönes Sortiment, muss ich sagen. Ningbo, ne? Auch ein schönes Set. Ja, die Spinning Doktor von Nico, ne? Die Bodenwirbel von Bröckhoff. Da haben wir noch das hier Crazy Pack hier. Ja, dann einmal hier zweimal Star Kids, ne? Von Funka, ne? Funke. Und dann, ja, dieses Party Päck hier, die Party Box von Bröckhoff. Ey, richtig, richtig geil. Also, ja, das war es auch schon, Leute, ne? Und dann würde ich mal sagen, ja, Nelitsche, dann würden wir mal sagen, bis zum nächsten Mal, ne? Wenn es heißt, wieder Unboxing Zeit bei Hawk Family. Filet. Ah, Filet, Schnitzel. Bis zum nächsten Mal und bleibt alle gesund, ja? Tschüss. 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 Tschüss.